Mit dem Sportlehrer zusammen haben wir uns überlegt, ob man nicht auch Sporttipps an die Schüler weitergeben könnte. Eine gute Figur möchte eigentlich jeder haben. Ich weiß nicht, das hat Paul Rubens gemalt. Früher war das vielleicht eine andere Sache als eine gute Figur. Also heute würden wir uns glaube ich nicht so sehr daran erfreuen an diesen Bildern oder an Menschen, die so aussehen oder falls sie selber so aussehen. Dabei, ich sag's nicht umsonst, das kann jeder eine gute Figur haben. Wie? Na ja, dazu hatten der Sportlehrer und ich wieder ein paar Tipps und ein paar Videos da zusammengestellt. Das geht wirklich tatsächlich auch zum Thema, nicht nur Sport, sondern auch Ernährung. Und der Trick ist, FDH frisst ja Hälfte. Ich rede jetzt immer noch, nicht um mich um Kopf und Kragen zu reden, sondern damit hier die Links dann alle erscheinen, damit ich ein bisschen Zeit habe, hier oben wie immer und hier zum Schluss die Links unterzubringen. Ich freue mich, wenn ihr das dann, na zumindest mal gesehen habt. Mal sehen, wie ihr das findet. Bis später.